Servus, Mosche. Schöne Montag für euch. Trinkt schön, Ruhe, Kaffee. Wir haben ein bisschen mehr Zeit, sind Herbstferien, nicht so viele Staus. Ich will mir Brille machen lassen, aber ich weiß noch nicht, wo ich hingehen soll. Apollo, 50% auf alles. Oder doch zu vielen Mann. Kennt ihr ja, Brille, vielen Mann. Oder dann doch online. So kauft man Brille heute. Oder zum eigenständigen Optiker. Kerl, Kerl, es ist so schwer. Am Samstag bin ich mal bei Apollo neigetappten, wollte mal gucken. Keine Chance, alles voll. Bin ich rüber zu vielen Mann, die ich ja meist so nebeneinander oder gehe ich rüber. Keine Chance, genauso voll. Furchtbar, bin ich harm. Hab die WC angeschmissen, hab mal geguckt, die habe ganz schöne Brille, aber dann. Oh, wie man die ausmisten, wie man die abpasst. Was, wie, kack. Oh, na, das ist mir zu viel gedämpft. Dann kannst du ja noch Foto von dir machen. Kannst gucken, wie die Brille auf deiner Band aussieht. So hab ich gleich gar nicht hingekriegt. Ach, ich glaub, ich lasse das noch bis im nächsten Sommer irgendwann. Wir haben ja eh gesagt, wir gehen sie ein bisschen langsamer ab, weil Herbstferien sind und kein Staus mehr, bis ich mehr Zeit habe. Dann machen wir das doch auch so. Ich mach das auch so. Dann gibt's an der Stelle jetzt diese Wäsche auch wieder einen klaren. Und heute war ein ganz klaren Witz. Gehen Luftballons zum Arzt und sich der Doktor, Herr Doktor, ich hab Platzangst. Ah ja, so ist das halt. Also, macht's gut. Wir hören uns nächsten Montag wieder. Tschö.